was machen wir jetzt er weiß was ihr könnt ihr sie tun war ich mal um mit aber ich bin mit dem künstlichen und so viel ist uns tun hoher auf die jetzt war auch zu spielen danke aber das hauptberuflich machen wir jetzt im spiktion ist er ja doch die schon aufkommen okay und nicht so gut an aber in was die geile spiele wenn ich über spiel ich nicht die Säge doch auch noch als ein Teil angenommen Fick dich Prozent Aua die Mikrofonin schon auf halb 8,8, du bist YouTuber, Triss Gaming-Place.de Oh, lass, 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 ALDA Das kommt halt bei mir so schwer an YouTube, Lass, Reso, bleib Ja, ich wünschte, ich könnt euch, ihr könnt euch sehen und ihr könnt das selber machen Oh, hi, äh, schau mal bitte auf TeamGamerD, Reso und GameBlast.de, danke Oh, mein Gott, ich mach so viel Werbung Ah, wenn dann mal ein Mädchen kommen würde, würde ich gerne mal, oh, hi Hi, oh, du siehst, oh, scheiße Ich wollte gerade sagen, du siehst aus wie eine Katze Oh, du siehst mir echt bekannt aus Oh, scheiße, das hört wirklich gerade aus wie du Mal, mir liegen hier so viele, oh, hi, kennt ihr Fit oder kennt ihr Reso? Danke Ach, Mann Ich hab drei Hilfe gesagt Oh, oh, nicht dich Die fressen schon wieder, ey, siehst du Ja Warte mal, bleib mal, bleib Oh, nee Der hat weggemacht Ach so Geh weg, geh weg Geh weg Danke Ja, ich brauch Hilfe Ja, bitte aufzustehen Ich mach jetzt mal nichts mehr, ich mach jetzt einfach so lange Geht dein Alter ein, wenn du das OpenAgelegame-Spiel nützt Deine Mutter Oh, warum? Äh, wir schwimmen gleich wie so'n Schwa- Oh, hi Mein Kumpel Der hat ja auch gewohnt Und er ist in sich hübsch Redet ihr Deutsch? Nein, Englisch Titten, 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 titten Nur wieder du Hä, was war jetzt mit Roni? Warte noch Ah, mein Gott Hallo, Roni? What the fuck? Ah, ja Ah, das ist gut Was, was hast du das gemacht? Ich will einfach mal eine Schlüssel holen Aber Dings haben wir jetzt wieder so rumklimmen Dann kommen meine Eltern wieder aus dem Zimmer Oh, das macht so Ah, ja Okay Domingo Tets Schmit Ähm, neu Äh, ja, nein Wirst du, wie? Dann krieg ich die Oklaire fragt Ähm Leute, was sollte ich machen? Ah, ja Ach, stimmt Ballort 4 Geil Danke 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 Ja, wo war auf mir aus voll zu... Oh, my eyes are bleeding Ach, du schon wieder, hi Was war jetzt? Ja, das ist doch immer mit dem Buchstaben Also es ist mit dem Äh, äh, äh So sieht es mir aus wie dieser Riese und auf YouTube Wart so ein gewaltiger Unterschied der gewaltigung hat er mich gerade genannt und nicht du man muss sich vorstellen hat sich für musik ablaufen ja mein kumpel da ist auch sie ich muss euch ich muss kurz mal den tor ich muss den stream den stream mit mir bis gleich die Vielen Dank. Vielen Dank. Was? Der hat mich gefallen, ob ich YouTuber bin. Wehe, du F*** jetzt. Was macht der? Was hatte der gerade vor? Der hat sich aus, als ob der kiffen würde. Was ist mit dem? Hallo? Wie ist er? Oh, komm her. Sag mal Hallo. Hallo. Ach. Ach. Oh, hi. Schatten Fernseher auch. Ich nicht. Oh, hi. Hey. Hey. So, wie steht's dir mit der Stream zu... Warte mal, 15 ist ... 30? Ich hab richtig von Titten gemacht. ich würde vorschlagen wir machen jetzt noch wir machen jetzt noch ungefähr fünf fünf minuten und dann lassen wir es also generell also generell beenden dann meine ich glaube bitte mal auf visum vorbei danke es geht mit dem aus wie handoffblatt nein man das logo was er kann auf die gata hat kapitel die gehabt hat hat dies oder fiktor ich ähm der hat diese dieses logo was auf dem t-shirt hatte dies ist die stadt wo keiner aus unserer stadt mag es immer vfp stuttgart ja scheiße wollen schwanz sehen ja bitte das muss schon zum abschluss machen dann wenn wir nicht mehr live sind das was ich ehrlich halte mein Arno so nie kannst du auch machen Taschentücher er hat aber sowas gemacht hat er hat Taschentücher neben sich liegen gehabt siehst aus wie WTF Hitler ja es ist echt so heee muaah sind und sage ich auf die Uhr aber spielst was zu er und ab wie kann er Ort Krasse Alten machte Hauptmann das Hauptmann das Hauptmann das hauptberuflich ich bin ich weil meist die meisten sind nicht bekannt und man kommt so ein YouTube die ich kenne auf einmal heißt der Klaus was Ey Flo wettmatch mir jetzt trinken wolle kommt der hat auf Blatt Alter weißt du mich freuen blöde Alter weißt du mich freuen blöde naja du kannst aber auch hier hört es an man möchte eine Titten ich sehe oh Mann ey guck mal ich guck mal ich guck mal der ist ein Apfel oder Boah lecker der hat weggeklickt ich mache überhaupt nichts ähm ah dich kenne ich doch wir könnten aber auch gleich beenden eigentlich warum bei dem Stream bei dem Stream oh lass mal lass 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 was hab nix gemacht ich bin mal bin mal auf dem zweiten Bildschirm naja würdest du dir dieses Video dann noch also der ist japs ich dachte der macht was anderes ich hab das Bild ausgemacht jetzt ähm ich würd mir so ein Video nie auf YouTube ansehen aber ich stells trotzdem hoch ähm ja das heißt man seht mich oder was äh lass Laman also du bist so fies Ronny ich will das mal sehen Prozent Korb scheiße ich kann das nur empfehlen ok hier mein Gott ist auch wie Adolf Hitler hey du siehst aus wie ein Bombenleger Alter mh hh 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 gut ich würd sagen das war's dann noch feucht aah was nix hh warte mal ich würde sagen damit beenden wir den Weihnachtsstream 2015 wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder im Weihnachtsstream und ich würde sagen dann sehen wir uns beim nächsten Stream oder Video oder beim nächsten Jahr so immer wir machen und bleibt noch kurz dran und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder ich lasse ich jetzt noch kurz bisschen Musik ja dann danke fürs Zusehen und tschau Leute diese war halt, das ist ein Stream alter, ups und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bis zum nächsten Mal Solland night Solland night All is calm, all is bright Round yon virgin mother and child Holy infant so tender and mild Sleep in hell